Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Jetzt müsste ich gerade einmal kurz überlegen. So, wir haben die blauen Minikids, die Herausforderung, noch nicht hier ganz gemacht. Also werden wir das nachholen. Ach ne, 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 Moment mal, Minikids, nicht freies Spiel hier. Hallo? Herausforderungen. Ja, wir wollen ja die Herausforderungen spielen und hey, da hab ich Spaß drauf. Da hab ich Lust drauf. Da ist doch eins versteckt. Ich hab irgendwie das Gefühl, da dürfte doch bestimmt auch eins sein. Ne? Also hier nicht. Vielleicht hier bei den Duschen. Nö, ja gut. Hätte ich mir gut vorstellen können, dass die hier noch eins verstecken. Wenn, das wäre jetzt wirklich nicht zu abwegig gewesen. Da ist nichts. Ist auch nix. Ach ja. Ich bin übrigens froh, wenn das hier durch ist. Also, ne, weil die Herausforderungen sind wirklich so einer der weniger lustigen Parts in dem Game. Da ist nix oben. Als ob hier nur eins lag. Hier liegt doch safe irgendwo noch was. Wahrscheinlich da. Ne, der ist kein Ziff. Okay, hier ist auch nix drin. Ja, schön. Ach, Mann. Ihr habt ja eure Blaster wieder dabei, ja, was? Ach so. Achtung mal, da. Ich wusste doch, hier dürfte doch nicht nur eins sein. So. Guck mal, perfekt. Haben wir das auch? Echt nervig, wenn die ihre Blaster wieder haben, ne? Ja, da kommen auch immer mehr. Wunderbar. Ei. Ja, ach, guck mal. Wunderbar. Ja, komm, weck mich. Wir können da nicht durch. Ja, wir können da nicht durch. Ja, danke. Danke für nichts. So, da dürfte doch bestimmt noch was sein. Aber ich würde nicht drauf tippen, aber... Ganz, äh, verneinen würde ich jetzt nicht, dass hier noch was ist. Nö, doch nicht. Aber man kann ja nachgucken, ne? Ich meine, das ist ja jetzt nicht zu abwegig hier. Die haben die ja noch an der... Also, die haben ja ja schon an ganz anderen Stellen versteckt, ne? So ist das ja nicht. So. Oh nein, jetzt kommt der Mist auch noch hier mit den, ähm... AT-STs, ne? Ah, schön. Ist da oben eins? Hä, da ist das Gefühl, da oben haben die einzigen gebaut. Ich würde es nicht beschwören, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt... Verneinen. Ja, der währt nicht mal die Schüsse für uns ab. Das ist doch nicht wahr, Mensch. Das ist doch nicht sein Ernst. Aber da können wir schon wieder immer neue... Ah. Herausforderungen sind toll. Ach, der dreht sich auch noch zurück. Ich hab... Ich sag es dir, Herausforderungen. Absolut. Grandios, die Erfindungen. Die können da wenigstens nicht raus, weil sie doof sind. Jetzt kommen sie raus, jetzt werden sie wieder abschießen, ne? Naja, komm, schießt, schießt. Jawohl, die treffen auch. Ach, dreh doch mal schneller. Ah. Mach doch mal was. KI-Mitspieler. Du bist schlecht. Der kann ja ohne KI-Mitspieler spielen. Der steht meistens nur im Weg. Also, hm. Ah, hier ist doch nichts. Aber ich gucke, wie gesagt, ich gucke hier alles nach. Nachdem sie da dieses eine Ding so ekelhaft versteckt haben in der Druidenfabrik, gucke ich jetzt hier alles nach. Das könnte überall sein. So. Okay, hier ist es nicht. Ja, okay, dann ist es wohl... weiter. Also, ist es wohl woanders. Da ist auch keins drin. Äh, wir brauchen den übrigens nicht. Dann werde ich auch nicht mit dem spielen. Ist da was drin? Unter den ganzen Sachen vielleicht? Nee, ne? Ach, nee. Dann brauchen wir den auch nicht. Wir haben ja hier unseren... Ob das so gewollt ist, weiß ich auch nicht. Weil das Ding ja nicht mal dran hängen bleibt, ne? Aber es soll mir egal sein. Es funktioniert auf jeden Fall. Ah, hier ist nichts drin. Was ist das denn hier? Kommen die denn jetzt auf einmal her? Ach, da ist was. Nehmen wir uns doch mit, wa? Ah, was? Ah. Danke. So. Chillige Musik. Hier noch irgendwas? Nö. Hier drin bestimmt. Also, wäre jetzt echt bescheuert, wenn nicht. Auch da. Auf dem Tisch. Da müsste... Hier müsste doch wenigstens noch eins drin sein, oder? Weil so lange gehen die Levels doch jetzt nicht mehr. Warte, das... Äh, die Levels. Das Level doch nicht mehr, oder? Danke. Ja, gut. Dann war das hier das Einzige. Ist dann halt so, ne? Die Hälfte fehlt uns noch. Ah, da rennt der wieder weg. Dann bist du ja froh'n hier. Ist auch nix, wat? Oh, ich hab doch safe irgendwo was liegen lassen, Mann. Ich hab doch safe irgendwo was liegen lassen. Ich kann's mir nicht anders erklären. Wir haben erst mal die Hälfte. Ich mein jetzt mal ganz ehrlich. Hier ist auch nix... Ach, was? Wo sollen die denn sein? Ach, guck mal, hier ist eins. Schön. Ach, das ist unser... Oh, warum nimmt der immer den Gegnercharakter, Mann? Was ist denn mit dem, ey? Ah, die KI, ne? Die ist... Genial, ehrlich. So, hier ist doch bestimmt auch noch was, ne? Sonst verzweifle ich so langsam. Man weiß nicht, wo die alle sein sollen. Jetzt mal ohne Spaß. Also, guck mal hier. Dann haben wir zumindest schon mal sieben. Dann fehlen uns noch drei. Mit zwei könnte ich im letzten Level sogar noch rechnen. Ne, da ist ja auch nix hinter. Ist nix drin, ne? Ne. Ist hier noch was drin? Nein. So. Ach, sind wir hier. Schön. Jetzt lacht er wieder die ganze Zeit hier mit seinem Imperator rum. Wunderbar. Toll. Was war das jetzt für ein Move? Der war gut. Der war gut. Der war nie extra, aber der war gut. Ja, und sorry, dass ich das Spiel jetzt gerade so ein bisschen verteufle. Lego-Spiele sind immer noch verdammt geil. Alle. Auch das hier ist verdammt geil. Aber. Und da bleibe ich jetzt auch weiter bei. Die Funktion hier mit, ähm, halt die Herausforderung, ne? Die sind, die sind Schmutz. Jetzt benutze ich dieses Wort auch immer. Ihr wisst, wenn ich zu oft gucke, wenn ihr... Also, ihr wisst es wahrscheinlich. Ja, die haben nur zwei Leben, ne? Ich hab da schon wieder eins gefunden. Da ist kein Dach drin. Ich dachte, hier wäre ich ein bisschen sicher. Anscheinend nicht. Im Kino könnte da bestimmt auch noch eins sein. Oder? Ja, guck mal. Nice. Ich finde das übrigens geil, dass es hier einfach so ein Kino gibt. Ich weiß auch nicht, warum ich in der Story da nicht reingegangen bin. Ah, Jungs, ihr macht mich da oben gerade echt fertig. Oh. Danke. So, hier ist sonst keins mehr, ne? Ne, das letzte... Also, ich wette, das letzte wird jetzt aber auch auf dem... In dem letzten Level sein. Hier war das gar nicht, ne? Achte, wir müssen nach da oben. Ah. Oh, Moment, Moment. Bevor wir hier doch noch eine Sache vergessen. Nein. Hier ist es nicht. Bei den Türen gehe ich, wie gesagt, ab, weil ich, äh, kein Vertrauen darauf habe, dass es nicht da drin ist. Oh, weh, das ist jetzt nicht hier. Dann dreh ich durch. Weil ich komme hier, glaube ich, nicht mehr zurück. Ach, da oben ist das auch. Zum Glück. Ja. Oh, ist das alles traurig. Ja, 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 nein, ja, ja. Danke. Wir brauchten nur zwölf Minuten dafür. Toll. So, Herausforderung geschafft. Ah, Mos Eisley-Cantina. Ah, Mos Eisley-Cantina. Und direkt ins nächste Level. Rette die Prinzessin. Ne, da nehme ich mir hier Qui-Gon wieder. So, ist hier schon eins? Äh, nein, gut. Wird ja sein können, ne? Ich meine, sag niemals nie. Ah, alles klar. Da ist eins. Ah, guck mal hier. Wunderbar. Also, ich finde immer noch gut, dass die wenigstens nur so rumliegen und man dafür nichts machen muss. Aber dämlich sind diese Herausforderungen trotzdem. Also, ich finde, die hätten sie ja reinlassen, rein, äh, also drin lassen können. Das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, ne? Wer da Bock drauf gehabt hätte, hätte die ja machen können. Wer jetzt gesagt hätte, boah, ich finde die so geil und boah, das muss sein. Hätten sie alle machen können. Jetzt mal ohne Spaß, hätten sie alle machen können. Aber warum denn für die 100%? Das stört mich halt am meisten, ne? Weil, naja. Das ist halt so eine Sache, die finde, die verstehe ich halt nicht, ne? Weil, das ist wirklich nicht lustig. Hätten sie die einfach so drin gelassen, ne? Für die Leute, die vielleicht Bock drauf haben. Easy, kein Problem. Also, ne? Man soll ja keinem, was, äh... Wenn man keinen Nachteil von irgendwas hat. Oder, ich sage mal, keinen schweren Nachteil, ne? Sollte man den Leuten doch auch gönnen, ne? Sollte doch allen gegönnt sein. Sollte es doch allen gegönnt sein, meine ich. Ach, schlecht in dir. Aber, ne, so, wer die 100% haben will... Ich meine, das ist jetzt auch nicht so ein Modus, wo man sagt, ähm... Ne, also, manche werden jetzt vielleicht sagen, ja... Das ist aber doch hier... Da muss man ja auch alles schaffen bei, äh, bei 100%. So, ja, das stimmt auch, ne? Aber wenn es schwerer wäre mit irgendwas, okay. Ich kann es verstehen. Wenn etwas schwerer wird, kann ich das völlig nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Nein, nein, nein. Da war R... Hier nichts R2D zu. Wie heißt der? R2Q5 war der R. Dann kann ich es nicht nachvollziehen. Äh... Ach, ja, ja, wenn... Wie gesagt, wenn... So, nochmal fangen. Wenn es schwerer ist, kann ich es nachvollziehen. Kein... Kein Thema, ne? Ich meine... Wenn ich die 100%... Ah, geht dann was den Weg. Erreichen muss, weil es schwer ist, klar. Das ist dann, äh... Ja. Ja. Aber das ist ja hier teilweise nicht schwer. Das ist ja nur suchen. Und... Das ist ja auch, wie gesagt, völlig in Ordnung. Aber bitte doch nicht für die 100%. Wir gehen einfach nur die Level stumpf durch. Das ist hier stumpfes Level wiederholen. Und das nervt mich extrem. Da ist nix. Da ist auch nix. Die sind vom sonst hin gegangen. Toll. Ja. Okay. Schade. Ja, aber das ist ja wirklich... Dieses stumpfe Level wiederholen stört mich halt daran. Das ist... Ja. Das ist einfach... Dieses... Wir machen es jetzt extra mal ein bisschen länger. Ne? Und mehr ist das ja wirklich nicht. Das ist ja jetzt nämlich so... Die können da drin sein. Ist das jetzt eher ernst? Ich muss nochmal zurück. Ich habe erst vier und muss nochmal zurück. Denn ich habe gerade gemerkt, dass sie da drin sein können. Ich habe bestimmt eins irgendwo hinten vergessen. Da ist keins, ne? Ne, da ist keins. Ja. Ich habe jetzt entschieden, dass da keins ist. Oh ne, mit dem kann ich ja gar nicht spielen. Und hier dürfte doch bestimmt eins sein, oder? Ja, obwohl ich warte erst mal ab. Ich weiß nicht, wo wir hier sind gerade. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, ich muss sowieso noch einmal zurück. Weil ich da irgendwas vergessen habe. Ich habe es so im Gefühl. Okay, da war nix. Oh ne, hier mussten wir sogar lang. Ja, dann habe ich doch safe irgendwas da vergessen. Oh, da oben ist noch eins. Das nehmen wir uns gleich mal wieder so mit. Dann werde ich nochmal zurückgehen. Weil ich glaube schon, dass wir... Ähm, da was vergessen haben. Weil ich wusste nicht, dass die da drin sein können. Allein das schon. Ah ne, wir können ja hier zurück. Ach guck mal, wunderbar. Ich war gerade woanders. Mental war ich schon dabei, wieder komplett zurückzugehen. Ach ja. Na, freust du dich, dass du mich einmal anhitten konntest? Schön, ne? Ja, das macht Spaß, ne? Danke. So. So. Ah, da wird doch bestimmt auch eins drin sein. Das werde ich jetzt zuerst machen, bevor ich es gleich vergesse. Und? Nein? Als ob hier keins drin ist. Na, tatsächlich nicht. Ist ja unglaublich. Nicht mal im Wassen, ey. Na gut, hier ist keins drin. Ja, ich meine, wir haben schon sechs, ne, von zehn. Und ich gehe jetzt noch einmal zurück. Mir lässt das jetzt keine Ruhe. Ich wusste nicht, dass man in den... Also, dass in den Seitendingern auch was sein kann. Was war das hier nochmal? Ach, nix. Mann, ey. Da dachte ich nicht... Also, ich hätte jetzt nicht dran gedacht, dass das da in diesen Seitenpanelen drin sein kann. Das ärgert mich sogar so ein bisschen. Ja, da brauchen wir R2-Q5 für. Ich wette, in irgendeinem Seitenpanel ist noch was drin. Ja, warte mal. Bevor ich da lang gehe, gehe ich jetzt einfach hier lang. Ach, guck mal. Ist nicht mal im Seitenpanel, ist sogar einfach nur hier. So, ich gehe trotzdem noch mal ein bisschen zurück. Ach, gehen wir noch nie auf die Seite. Schau. Ja, da wurde einmal eine Luft gesprengt, ne. Ist nix drin, okay. Hier, ich erwarte, dass die vielleicht was rein... Also, was drin versteckt hätten oder so. Ah, hier, die Stelle meint ich. Ach, wir haben zum Glück R2-Q5. Und nicht R2-D2, das stört mich ein bisschen. Ach, guck mal hier. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Das ist doch, ne, ihr wisstet. Ach, guck mal. Wenn man dich alles vergessen hätte hier, ey. Ei, ei, ei. Hier sind Mützen drin. War ich in dem Raum hier schon mal? Ich weiß das gar nicht. Ja, wie viel wollen da noch rauskommen? Nachdem ich da oben so viele gesehen hab, die da raus hätten kommen können. Na gut, dass ich zurückgegangen bin übrigens. Also, ich hab ja wirklich einiges hier vergessen. Oder einfach, was heißt vergessen? Ich bin einfach an einigem stumm vorbeigerannt. Ah, hier wird nix mehr sein. Ich hoffe einfach. Ich werde jetzt das Level durchgehen. Nach vorne. Ich denke mal, da wird der letzte, das letzte blaue Minikit sein. Waren aber auch mal wieder zwei lange Level hier, ne? Ah, ich mag das. Vor allem die langen Level bei so einem tollen, überflüssigen Modus zu spielen. Wunderbar, hör mal. Boah, nehmt ihr mir nicht krumm. Aber dieses Herausforderungsding ist wirklich nur noch... Du bist froh, dass du das Spiel durch hast. Hast die Story gespielt. Gehst dann nochmal jedes Level ab, nachdem du alle frei hast. Holst dir die ganzen Minikits. Gehst die Level zwei mal ab teilweise, weil du dumm bist und nicht alle findest. Und, ähm... Ist ja auch alles schön und gut, ne? Ist ja auch alles... Gehört halt alles zum Spiel. Ich hab jetzt gedacht, dass er runterfällt, hat er sich noch gut gerettet. Alles schön und gut. Dann hast du immer wieder neue Sachen, die du siehst halt. Weißt du, du kannst ja mit den Minikits, die du holst und so... Du hast neue Areale und, äh... Und, ähm... Neue Gebiete und Erkundes und schön. Aber hier gehst du wirklich nur noch das ab, was du schon alles gesehen hast. Alles. Was du alles gesehen hast. Und das hast du alles gesehen hier. Und ich weiß nicht, ob das Level hier vorbei ist. Deswegen hab ich Schiss, da reinzugehen. Ja, hier ist es aber nicht vorbei. Liegt es vielleicht direkt schon links oder rechts? Nein. Ich hatte Hoffnung. Wahrscheinlich in einer der Zellen, oder? Also ich... Na komm. Geh doch einfach mal hoch und guck mal. Okay, hier ist es nicht. Sobald der jetzt auf ist... Gehe ich da auch mal rein. Dann haben wir euch schon mal Zellen offen. Was geht der auf? Versuch verarschen. Na komm, mal gucken. Ja. Da wollte ich doch... Nein, geh weg. Nein, hier ist nichts drin. Okay. Ach, weil das ist der gleiche. Ja, okay. Das ist der gleiche. Ach, nochmal aufmachen. Schön. Hä? Ach, guck mal hier. Perfekt. Direkt die erste Tür. So muss das sein. Die nächste Herausforderung abgeschlossen. Ach, ich bin glücklich. Nur noch zwei Episoden. Und ich glaube, zwei Kapitel waren es jetzt, ne? Die ich noch brauche. Um 100% zu erreichen. Und ich hoffe, ich habe dann die 100%. Ich hoffe nicht, dass ich noch den einen Mister machen muss, mit dem kompletten Game zu spielen. Weil ich glaube, dann mache ich die 100% wirklich nicht. Also hier dieses Super-Story. Wehe. Wehe. Das ist auch noch da. Boah, dann drehe ich durch. Flucht vom Todesstern. Rebellenangriff. Das lassen wir uns für nächstes mal. Für die nächste Folge. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Boah, aber die Super-Story. Da habe ich ja noch weniger Lust drauf, ne? Also, wenn ich die jetzt auch noch machen muss. Ich hoffe einfach, wir kriegen alles. 94,4%. Das sieht aber schlecht aus. Das sieht wirklich schlecht aus. Ja. Episode 4. Wir brauchen noch zwei. Und dann noch zwölf. Und dann haben wir bei 90% angefangen. Sind schon länger, mehr als die Hälfte. Und haben jetzt, ja, 98% oder so. Oder 97% werden wir damit kriegen. Der Rest wird vermutlich Super-Story sein. Oh, das ist ja toll. Ja, gut. Die Super-Story ist so langweilig, ne? Was soll ich denn des Stumpfes durchs D-Level gehen, ey? Wir können ja mal reingucken in die Super-Story. Hier, Bestzeit. Eine Stunde. Da zockst du einfach. Da zockst du einfach ungefähr eine Stunde. Die Scheiße, Alter. Oh, nein, ey. Ah, sorry für den Ausdruck. Aber das ist dann wirklich zu hart, wenn wir das auch noch machen müssten. Das wäre zu hart. Eine Stunde den Mist. Nein. Bitte nicht. Naja, gut. Ich hoffe einfach das Beste. Ich hoffe, wir hauen noch richtig Prozente raus mit den letzten. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir careers zielen.